Hallo! Einen wunderschönen guten Tag an diesem Freitag. Ich bin schon wieder am Rollen. Ich habe Ahlsfeld schon runtergeschmissen. Ahlsfeld war ja nicht so weiterspannend. Es gab ein paar kleine Schwierigkeiten, aber im Großen und Ganzen ging das doch relativ fix. Naja, eine Stunde hat es auch gedauert, bis der Anhänger runter war. Ihr erinnert euch, der Große hinten auf den Anhänger. Jetzt fahre ich rüber nach Ahlsfeld. Da werden wir den kleinen runterschmeißen. Und dann soll ich wohl Ladung haben, so laut meines Auftrags, in Langenhagen und Hannover. Da ist die Firma am klären, dass ich das heute noch bekomme. Weil das sind Mercedes-Autohäuser und das eine macht um 16 Uhr zu, zumindest der Fuhrpark, und das andere um 18 Uhr. Also schauen wir doch mal, wie das aussieht, wie ich vorankomme. Ich bin jetzt ca. 12.30 Uhr in Ahlsfeld. Mal sehen, wie lange die abbrauchen zum abladen. Vielleicht haben die dann in Ahlsfeld, in Fulda. Ich muss noch nach Fulda. Ich fahre Richtung Ahlsfeld. Ja, also in Fulda, 12.30 Uhr. Und mal sehen, ob die dann noch Mittag haben oder erst Mittag machen. Das weiß ich nicht. Manche machen von 12 bis 1, manche von 12 bis 12.30 Uhr. Oder 30 bis 13 Uhr. Alles Überraschung. Also mal sehen, was der Tag so bringt und wie schnell ich heute noch Richtung Hannover komme. Anders sind ja von Fulda auch noch mal ein paar Kilometer da hoch. Das zieht sich ja auch. Das sind ja alleine von Kassel schon weit über 100 Kilometer. Also ich bin mal gespannt, wie die Disco das hinbekommt, ob ich die Ladung noch bekomme. Denn nächste Woche soll es tatsächlich dann nach Schweden hochgehen. Ladebereit ist ab Freitag, Samstag die Ladung. Also ich denke mal so am Dienstag oder so wird es dann hochgehen. Weil im Montag müsste ich ja dann erst mal das von heute abladen. Und dann sehen wir mal, ob das so kommt, wie es kommen soll. Ich bin mal gespannt. Bis dann. Wir sehen uns. So, mittlerweile bin ich dann auch mal angekommen in Petersberg bei Fulda. Bin jetzt bei der Raiffeisen, werde jetzt alles erstmal vorbereiten. Die Jungs machen jetzt gerade Mittag. Der wollte noch schnell abladen vor dem Mittag. Und da habe ich gedacht, nee, 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 komm, hör auf. Ich muss hier erstmal abmachen. Das dauert 10 Minuten. Und ja, nee, dann mache ich erstmal Mittag. Ich sage, ja, mach du erstmal einen guten Mittag. Dann kann ich das Scheiß-Din hier irgendwo abschneiden. Alles gut. Der Lärm hinter mir, die A7. Wir sind also direkt an der A7. Die ist da oben, wie man ja so schön sieht. Da rauschen sie lang. Also in unmittelbarer Nähe. Ich habe auch schon wieder ein interessantes Objekt gefunden. Da würde mir schon wieder gefallen, der kleine Viert-Schlepper. Leider sind es früher. Aber da steckt sein Herzblut drin. Das wäre so meine Geschichte. Nichts umsonst habe ich einen alten Ural. Ja, gut. Ich werde mal gucken, ob ich das hier positionieren kann. Daher irgendwie so Bescheid. Vielleicht von hier aus. Mal sehen. Und dann nehme ich das ab. Abladen vom Motorwagen auch für euch. Und dann gucken wir mal, was mit dem anderen Auftrag noch ist. Ich bin mal gespannt. Ja, nebenbei habe ich gesehen, hier stehen noch ein paar schöne Sachen rum. So ein kleiner Silo King. Neun Kubikmeter Futter-Mischwagen. Von der Firma Meier aus Tittmoning. Die fahren wir ja auch. Da bin ich auch ab und an mal. Er ist auch schon wieder hier. Ja, Verkauf oder so. Ich weiß es nicht. Da steht noch ein älterer Ferguson. Der ist zum Verkauf, weil der hat keine Nummernscheid mehr dran. Ein schönes neues Güllefass. Und wem ist das denn überhaupt? Deutscher Hersteller. BSA. Jawohl. Deutscher Hersteller BSA. Und hier haben wir noch ein Krampel Big Buddy 540. Älteres Modell. Sogar mit Aufsatzbretter oben drauf. Also Aufsatzbleche. Um die Ladekapazität nochmal zu erhöhen. Und dahinter haben wir dann noch... Oh, das sieht aus wie ein Schäfer. Ja, das ist ein Schäferhoflader. Wir fahren die Geräte von Weidemann. Und da steht der Schäfer. Schon etwas größerer. Sogar der 9630. Der ist schon verdammt groß. Er hat eine gute Hublast. Und auch eine gute Zuglast. Ich glaube, eine Nummer größer gibt es noch. Und dann haben wir noch von der Firma Knoche hier eine Kurzscheibenegge zusammengeklappt. Also alles Geräte, die zum Verkauf stehen. Hier so ein schöner Glasliner. Ist das für einer noch ein 2700er? Jawohl. 2700er. Da unten. Da den Rechen steht es dran. Perfekt. Ja, man sieht, die sind schon in ihre Jahre gekommen. Die hat schon so einige Schwaden gemacht. Hier noch ein kleiner Einkreisel. Schwader von Fäller. Nähwerk. Und hier ein Zetter mit zwei, vier, sechs Sterne. Der also das Gras, Heu und Stroh auch wendet. Also ein sogenannter Heuwender. Man sagt dazu jetzt Zetter. Für die Leute, die es nicht kennen. In Transportstellung. Ja. Also hier steht schon ganz schön gerümpelt rum. Ein altes Camperfass. Güllefass. Kann man heutzutage. Ja, Pumpe ist ja noch dran. Kann man immer noch nehmen für Gülle. Sind auch beliebt als Wasserwagen. Um das Vieh auf der Weide tränken zu können. Um da alles voll zu machen. Dafür sind die auch beliebt. Ja. Und ansonsten hier noch ein Schlegelmulcher. Der gammelt hier noch so vor sie rum. Und dann haben wir da die ganze Neuabteilung WSA. Da hinten die Fendt Traktoren. Ich probiere das mal ran zu zoomen. Da steht die ganze Garde. Fendt und Ferguson. Also alles was im Akkuverbund ist. Der hat hier Rang und Namen. Ist hier vertreten. Das macht ja die Reifeisen. Ach ja. Und hier im Vordergrund. Ein gebrauchter Fendt Katana 65, 650 PS. Maishäcksler. Ja. Der Name sagt es. Zum Mais häckseln. Aber auch wenn man eine Pickup vorne vorbaut. Zum Gras-Schwart aufnehmen. Und dann kann man das Gras da durchjagen. Und damit verladen. Das geht auch. Und da kommt das schon mit meinem Waltra angefahren. So. Dann wollen wir mal abladen. Dann hoffe ich mal, dass alles gut rauf geht. Und dann geht's. Ja. Dann mach' sie gerade ab. So. Das war's für heute. Was ist das noch? Blau? Hier, ja? Ja, gerade überall. Äh, Milo ist auch hier unten, ne? Ja, das ist egal. Milo ist auch hier unten, ne? Äh, hier und unten, ja? Blau? Hier. Kühlungslau? Ja. Ja, wir haben ja auch hier. Ja, wir haben ja auch hier. Ja, wir haben ja auch hier und unten, die Dämpfe und bei Rade, entweder ein feines Führung. Ja, also ein Führung und ein Führung. Also ein Führung und ein Führung. Guck mal auf, ja? Andersrum. Das geht schon mal. Ich darf nur noch machen, gleichmäßig. Nee, direkt. Mein Fan schon. Mein Fan schon, ja. Kannst du auch mich auf? Ich geh für euch auf. Ich mach immer für den Rücken machen. Nee, ich bin doch auch für euch. Ich brauchst auch nicht noch machen. Nee, ich mach es. Ich mach mal für den Rücken. Gut. Das ist ja gut. Die Bremse ist los, das Seil geht automatisch. Die Bremse ist los, das Seil geht. Die Bremse ist los. Die Bremse ist los. Ich bin ja nicht jeden Tag wie ich hier zu Hause. Ich darf mich aber zwölf Tage umtreiben. Da sind alle hier zwölf Stunden gesteigt. Und ansonsten wandern. Und hinter wandern. Kein Fahrradwetter ist und nicht wandern. Oder wenn ich kein Fahrradwetter habe, kann ich nie auch wandern. Das ist jetzt mal die paar Zentimeter, die so fehlen. Das ist ja auch egal. Bei jedem manchmal schon. In der Lege, in der Landdeichsel. So, wie ihr gesehen habt, war recht unspektakulär. Geht immer recht schnell. Ich hatte auch schon abgebotet, damit das alles ein bisschen flotter geht. So, und dann werde ich mal jetzt nach Hannover fahren. Genau. So, dann fahren wir mal hier wieder runter vom Hof. Da hinten rückwärts rein, wo die ganzen Faktoren stehen. Und dann die Wolken da ran mit dem Fahrbestaplan. Anstatt wie wir was gesagt hätten, wäre ich doch schon längst weggefahren. Da kann man auch mal ein bisschen was rum. Naja. So, rangiert man dann halt hier so mal ein bisschen durch die Gegend. Um dann wieder zur Auswahl zu kommen, die jetzt von mir noch rechts ist. Da müssen wir gleich mal scharfen Bogen rumfahren. Immer weiter schön nach hinten. So, da haben wir noch einen älteren Fan stehen. Der ist aber noch nicht zu verkaufen. Der hat noch ein Nummernschild dran. So, und dann fangen wir mal hier rum, um hier wieder rauszukommen. Jawoll, das ist ja recht entspannt. Die haben hier Platz. Heute Morgen hier in Marburg. Da musste ich über einen Schotterparkplatz fahren. Rückwärts auf die ihren Schotterparkplatz, wo die Autos alle standen, die Autos gedrückt. Das ist so eine kleine Reifeisenniederlassung da in Marburg. Naja. Die ziehen jetzt um. Nächsten Monat nach Rostorf. Dann hat sich das irgendwie schon gut hier durch. Hat sich das mit denen auch erledigt da in Marburg. Da haben sie neu gebaut. Größeres Gelände, mehr Platz. Hier ist auch nicht schlecht. Nur die Wände haben wir da unten. Berlin vor der Tür ist Müll. So. Auf geht's. Ab und nach Hannover. Mal sehen, wie gut wir durchkommen. Wir haben 280 Kilometer, 3 Stunden 48 und schon wieder irgendwo ein Stau. Oh Gott. Ja. Zufahrt ist schon eine Stunde. Ihr seht schon. Ich bin in Hannover. Wo bin ich? Bei. Ah. Kann man es sehen. Europcar. 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 Jawohl. Da steht's. Europcar. Warum bin ich bei Europcar? Weil das mein kleiner Heimbringer ist. Mein kleiner Polo. Hier. Die Firma für mich angemietet. Weil. Warum? Ganz einfach. Die Mercedes gab's heute nicht mehr. War doch klar. Der eine Mercedes-Tour-Park geht um 16 Uhr nach Hause. Die anderen. Ja. Bis 18 Uhr. Ich war zwar um 17 Uhr noch was hier. Aber zwei Autos lohnen ja nicht. Von daher hat man das wieder mal aufgegeben. Und somit werde ich dann Montag erfahren. Wo es dann hingeht. Also ich bin jetzt erstmal leer nach Hannover gefahren. Von Fulda aus. Um das kleine schnuckliche Mietauto in Empfang zu nehmen. Und dann werde ich Montag. Ich vermute mal. Eine Ladung bekommen. Die wohl schon in Richtung Schweden gehen wird. Entweder Norddeutschland, Dänemark oder sowas. In die Richtung. Weil. Nächste Woche. Zum Wochenende hin. Die Fahrzeuge wohl abholbereit sein sollen. Ja. Also. Lass ich mich mal überraschen. Mein Dicker steht da drüben. Da ist er. Im Hintergrund. Adio. Direkt vor der Tür abgeparkt. Da hatte ich auch wieder Glück. Dass das geklappt hat. Das ist ja hier immer in Hannover. Hm. Ja. Manchmal ein bisschen problematisch. Mit so einem kleinen Auto. Einen großen Park dazu bekommen. Aber in diesem Falle hat es mal wieder geklappt. Genau vor der Tür. Von diesem wunderbaren. Europcar. Ja. Sonst haben wir immer viel Sixt. Aber in diesem Falle bot sich wohl Europcar an. Ich bin weiter vorne war Sixt. Die waren schon dunkel um 17 Uhr. Ja. Vielleicht arbeiten die schon gar nicht nur um die Uhrzeit. Weil die kein Personal haben. Wer weiß. Oder keine Autos mehr. Kann ja sein. Weil die hatten auch keins mehr. Ja. Also wenn du mich rechtzeitig reservierst. Dann wird das nichts. Ja. Und da kam wieder ein Anruf rein. Naja. Nicht schlimm. So. Ich mache mich auf dem Weg nach Berlin. Und das wird dann so gegen 22 Uhr sein. Denke ich mal. Ich habe noch nicht geschaut. Wie die Autobahn ausschaut. Wie der Verkehr läuft. Ich lasse mich da mal überraschen. Auf jeden Fall hier ist jede Menge Verkehr. Und da die Hauptstraße. Ist immer noch schön zugestaut. Die gammeln da immer noch schön rum. Von daher. Läuft ein erfolgreicher Freitag. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Machts gut. Wir sehen uns nächste Woche Montag. Tschöö.